Hallo und herzlich willkommen bei Bastelzeit TV. Mein Name ist Jessica Sanchez Palencia und ich präsentiere Ihnen heute ein Kinderkleidchen zum Wenden. Dazu benötigen wir zwei aktuelle Stoffe aus der Lifestyle-Kollektion aus dem Hause Coats. Wir brauchen jeweils 80 cm und wir schneiden beide Teile im Stoffbruch zu. Alle vier Teile werden rundum versäubert mit der Overlocknaht und dann stecke ich die Seitenteile aufeinander. Man kann aus dem Stoff Applikationen Taschen zuschneiden und die nach Belieben dann verzehren. Große oder kleine Taschen mit Knöpfen, Borden, Schrägbändern verzehren, ganz nach Belieben. Auch hier wieder darauf achten, dass eine kleine Öffnung zum Wenden übrig bleibt. Rundum nähen, verstürzen und dann auf den Stoff nähen. Beide Innenteile nähe ich an der Seite zusammen und bügle die Kanten nach dem Nähen auseinander. Genau so verfahre ich mit dem Außenkleidchen, nähe auch hier zuerst die Seitennähte zusammen und bügle die Nähte dann auseinander. Nun wende ich die Teile und stecke sie ineinander, sodass rechts auf rechts die Seiten aufeinander liegen und beginne am besten an der Seitennaht die Teile miteinander zu verstürzen. Wenn ich beide Teile rechts auf rechts gesteckt habe, nähe ich die Seitennähte nähfußbreit mit einem gerade eingestellten Stich einmal durch. Auch hier wieder darauf achten, dass ich die Ecken und Kanten gut verriegele. Alle Seitennähte bügle ich dann auseinander, so wie ich es hier mit dem Daumen mache. Dann stecke ich beide Teile so ineinander, dass die rechten Seiten aufeinander liegen und nähe am besten an einer Seitennaht beginnend alle Kanten zusammen. Rundum, bis ich wieder an der Ausgangsstelle angekommen bin. Ich beginne jetzt an der Seitennaht mit dem Verstürzen. Und habe hierfür auch einen schmal eingestellten geraden Stich. Nun wende ich das Kleidchen und stülpe die Träger nach innen, sodass auch die Spitze schön rauskommt. Und forme die Ecken schön raus und verknote die Träger miteinander. Wenn man möchte, kann man noch an den Säumen, Borden oder Bänder verzieren. Könnt ihr jetzt hier auch nochmal Zackenlitze aufnähen oder mit Schrägbändern zusätzliche Verzierungen anbringen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und fertig ist das Wendegleidchen. So sieht es dann von der anderen Seite aus. Und mit einem Griff ist es wieder beim alten. Aus den Resten kann man dann noch ein Täschchen zaubern, das wunderbar passt zu dem Bändegleidchen. Den passenden Schnitt dazu finden Sie wie immer bei uns im Internet. Viel Freude beim Nachnähen und viel Spaß mit diesem wunderbaren Kinderkleidchen. Bis zum nächsten Mal auf Bastelzeit TV.